Audio Now Ja, guten Tag. Also, falls ihr die ersten beiden Folgen nicht gehört habt, wir stellen es nochmal ganz kurz vor. Andreas Petzold, ich war mein vorigen Liegen-Chefredakteur vom Stern, herausgeber des Stern und herausgeber des Magazins Kapital und bin jetzt im Ruhestand, möglichst unruhig und Olivia sitzt mir gegenüber ohne Schuhe, mit Füßen auf dem Tisch, hätte ich beinahe gehört, im Sessel und man sieht, dass sie auch Yoga-Lehrerin ist und was machst du sonst noch? Ich bin Werbetexterin und ja, seit neuestem eben auch Podcasterin. Dies ist ein Generation-Talk. Mein Vater und ich haben gemeinschaftlich beschlossen, oder er sagte immer, ich war dabei federführend. Stimmt. Jedenfalls haben wir gemeinschaftlich, ich sage gemeinschaftlich beschlossen, denn jetzt sitzen wir gegenüber, unsere Gespräche vom Küchentisch ins Podcast-Studio zu verlagern. Wir unterhalten uns über politische Dinge, teilweise auch Privates und wir versuchen hier das Wissen, das wir haben, mit Ihnen zu teilen. Und die Fragen natürlich auch. Ganz genau, die Fragen. Worüber wollen wir heute sprechen? Natürlich wollen wir noch einmal das aufgreifen, was wir in den letzten beiden Folgen besprochen haben, und zwar den US-Wahlkampf, insbesondere Trump. Jetzt gerade hat Trump ja auch selber an Covid-19 erkrankt. Darüber gilt es zu sprechen, inzwischen aber auch wieder genesen. Wir nehmen übrigens am Montag, den 12.10. auf für Sie, falls Sie jetzt am Mittwoch die Folge hören und in der Zwischenzeit andere Dinge passiert sind, nehmen Sie es uns nicht übel. Genau, und dann wollen wir noch ein bisschen über Corona sprechen, weil da sind die Zahlen ja auch wieder hochgegangen. Papa, wie nimmst du denn das gerade wahr? Was, Corona? Ja, ich bin... Ich habe ganz wahnsinnig viel auf einmal gelabert, ne? Ne, ist okay. Nichts weiß, ne? Wir haben ja gesagt, Küche ist jetzt hier, also es ist auch wie in der Küche, da laberst du auch immer so viel. Okay. Also alles in Ordnung. Ja, die Zahlen gehen hoch, das haben alle gehört. Und jetzt geht es halt irgendwie darum, alle diskutieren über Verordnungen und Maßnahmen und wer hält sich daran und wer hält sich nicht daran. Und ich glaube einfach, am wichtigsten ist es, dass die Entscheidungen, die jetzt getroffen werden zum Schutz gegen Corona, von der Mehrheit nachvollziehbar sind, weil sie sonst ihre Wirkung einfach verlieren. Und ich habe heute Morgen hier in Hamburg diese Verordnung gelesen, die jetzt dafür sorgt, dass du auch draußen Maske tragen musst, was ja im Prinzip in Ordnung ist, kann man ja machen. Also die Italiener haben ja auch gesagt letzte Woche, Maskenpflicht immer, 24 Stunden überall draußen, Ende der Durchsage. So, fertig, ganz einfach. Was machen die in Hamburg? Also das ist jetzt, wie gesagt, ein Hamburger Beispiel. Ich weiß nicht, wie das in anderen großen Städten ist. Also da machen sie eine Verordnung, die genau die Straßenzüge auflistet und um wie viel Uhr man dort die Maske tragen darf und wann nicht und bis zu welcher Hausnummer. Also das ist dermaßen absurd. Das sieht aus wie ein Schnittmusterbogen. Also das ist völlig verrückt. Ich muss, das muss ich einmal ganz kurz vorlesen, weil das ist so, also pass auf, Punkt 8. Auf dem Hans-Albers-Platz, kennt ihr alle, nicht wichtig, in der Reeperbahn, einschließlich der Friedrichstraße im räumlichen Bereich zwischen einschließlich den Hausnummern 11 bzw. 24 bis 21 bzw. 28, Freitag, Sonnabend sowie an Feiertagen und Tags zuvor jeweils von 18 bis 4 Uhr am Folgetag, Punkt. Ich meine, haben die nicht alle Beutel im Tee? Wer soll sich denn das merken? Das ist doch völlig verrückt. Ist ja in Ordnung, die Maskenpflicht. Kannst du ja machen. Du kannst ja sagen, auf der Reeperbahn geht einfach 24 Stunden Maskenpflicht, Ende. Aber sowas, da sagen doch die Leute, hey, vor allem stell dir mal vor, du bist Tourist, da läufst du hier nur mit Google Maps, musst da und auf die Hausnummern gucken und dann auch die Uhr im Auge behalten. Das ist doch irre. Ja, absolut, gar keine Frage. Also, bescheuert. Ja, oder? Wie siehst du das? Ich sehe das, keine Ahnung, ich finde es halt irgendwie als normaler Bürger, der eben keinen wissenschaftlichen Hintergrund hat oder kein genaues Fachwissen hat oder ich weiß nicht, im Endeffekt weiß ja keiner genau, wie sich diese Pandemie entwickeln wird, finde ich es natürlich eigentlich wahnsinnig schwierig. Das irgendwie zu beurteilen. Ich glaube aber grundsätzlich, was du eben sagst, Maßnahmen, die im Endeffekt leicht nachvollziehbar sind und auch leicht umzusetzen sind und für die es eben keinen Wecker braucht, glaube ich, sind das Einzige, was wirklich funktioniert. Grundsätzlich stelle ich mir aber so ein bisschen momentan die Frage, also es wird ja irgendwie, keine Ahnung, wir haben diese Pandemie jetzt seit sieben Monaten und ich habe immer das Gefühl, dass nach wie vor wahnsinnig kurzfristig gehandelt wird und das ist ja auch genau richtig und du musst ja auch reagieren. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass wahnsinnig wenig über langfristige Folgen der Pandemie gesprochen wird. Also warum werden zum Beispiel eigentlich immer nur Virologen zu Rate gezogen und nicht auch mal Soziologen? Weil das hat ja so extreme Einschnitte, extreme Auswirkungen als gerade auf unsere Gesellschaft. Und ich denke mir mal, so meine Generation und auch viele Jüngere sind ja eigentlich dann diejenigen, die dann quasi mit den Konsequenzen oder Langzeitfolgen zu leben haben werden. Also wer weiß denn zum Beispiel, wie viele Jahre wir noch weiterhin nicht werden reisen dürfen und warum sind wir eine weltoffene Generation, weil uns eben bis vor kurzem die Welt offen stand und weil wir das wahrgenommen haben. Also was macht das mit uns? Das verkleinert unsere Horizonte. Dann stelle ich mir auch so die Frage, was ist zum Beispiel mit dem sozialen Leben? Also wir haben ja uns alle sozialen Netzwerke aufgebaut, aber wie lernen wir Freunde kennen? Eben nicht übers Internet in erster Linie, sondern eben über Freunde, über Bekannte, auf Veranstaltungen. Also was passiert damit? Und wird es jemals wieder eine Dating-Situation geben, in der sich ein Paar nicht auf Tinder kennengelernt hat? Und vor allem ohne Maske. Ja, wie sagt man hier eben so? Nimm die Maske ab? Oh shit, doch nicht. Und wie lassen die mal aufregen? Ja genau, so beide neue Tinder-Regeln. Früher war ja immer so eine Regel, wenn jemand eine Sonnenbrille auf hat und schwarz-weiß, da wirst du genau swipen. Und jetzt so mit Maske, oh nee, direkt weiter. Nein, aber da spricht irgendwie keiner drüber. Und dieses, ja, jemanden zufällig kennenlernen oder eben auch so soziale Events wie Hochzeiten finden nicht statt. Und da geht wahnsinnig viel verloren. Und klar, es ist jetzt irgendwie ein übertriebenes Beispiel, aber nach dem Zweiten Weltkrieg gab es Mangelernährung und deswegen sind heute viele dement, sagt man von den Älteren. Und was werden wir dann, wenn wir dann irgendwie psychisch dement? Ich weiß es nicht. Ja, aber das sind verletzige Fragen. Aber es sind Fragen, die stellt keiner. Und das finde ich irgendwie falsch. Also weil dafür haben wir den Scheiß jetzt schon zu lange. Ja, das ist eigentlich ein guter Punkt. Und vielleicht müssen wir hier mal jemanden einladen, der uns dazu was sagen kann. Also ich weiß nicht, ob es Langzeitbeobachtungen oder soziologische Studien dazu bereits gibt, die laufen, das kann ich nicht sagen. Aber das ist auf jeden Fall ein total wichtiger Punkt, weil das betrifft ja natürlich erst in die Eure Generation auch. Die 30-Jährigen und wir, die 65-Jährigen, wir sitzen im Garten, glotzen doof in die Sonne und sagen, alles in Ordnung. Ja, und ich denke mir dann zum Beispiel, also auch so Fragen wie so ein distanzierter Umgang, den wir uns jetzt ja irgendwie auch angewöhnt haben miteinander. Also wir sind ja gar nicht mehr herzlich miteinander, man nimmt sich ja gar nicht mehr in den Arm. Was passiert denn dann mit Leuten, die seit x, y Jahren Single sind und jetzt nicht mal mehr von ihren Freunden in den Arm genommen wurden in den letzten Monaten? Also keine Ahnung, das sind einfach Themen, die nicht aufkommen. Und das finde ich schwierig. Ja, ich glaube auch, diese Langzeitfolgen, die sind noch nicht so richtig beachtet. Natürlich weiß man inzwischen einiges über die gesundheitlichen Langzeitfolgen, ja, aber die soziologischen sicherlich noch nicht. Naja, und was ist denn dann zum Beispiel umgekehrt mit den Langzeitfolgen, also mit den Auswirkungen davon, wenn Leute arbeitslos sind und dadurch zum Beispiel Alkoholkonsum in der Gesellschaft steigt? Oder Arbeitslosigkeit ja auch generell dazu führt, dass Menschen, oder da gibt es auch so Studien, die sagen, dass in Gesellschaften, in denen es generell wirtschaftlich schlechter geht, ist auch der durchschnittliche Gesundheitszustand der Gesellschaft schlechter. Ja, natürlich. Und das sind ja auch Dinge, die man mal besprechen muss. Also ich glaube, bei den Langzeitfolgen, das ist vor allem auch ein psychisches Thema. Ich denke, dass es auch so bei vielen Menschen einen Verlust an Zuversicht einfach gibt, weißt du? Naja, du planst ja auch nichts mehr. Man muss schon emotional ziemlich robust sein, um so einen lebensbejahenden Optimismus beizubehalten, wenn man den dann hatte, weil man einfach auch gar nicht weiß, wie sich das entwickelt. Natürlich hofft man auf Therapeutika, man hofft auf Impfstoffe. Das wird auch sicherlich alles irgendwann kommen, aber niemand weiß so richtig, wann und für wen. Ja, das fand ich zum Beispiel interessant. Da habe ich ein Gespräch mir angehört mit Jens Spahn, der eben auch erzählte, dass er auch die Ethikkommission eben dazu zurate gezogen hat, wer denn eigentlich, falls der Impfstoff vorhanden ist gegen Corona, wer denn eigentlich als erstes geimpft werden soll. Und da gibt es zum Beispiel Stimmen, die sagen, dass als erstes diejenigen geimpft werden sollen, die besonders viele soziale Kontakte haben, also die jungen Leute. Aber dann gibt es natürlich auch diejenigen, die sagen, man sollte als erstes diejenigen impfen, die im höchsten Risiko ausgesetzt sind, bedeutet Ärzte und so weiter und so fort. Ja, natürlich, aber das ist eine Debatte zum Beispiel, die man auch gar nicht so öffentlich groß mitbekommt, finde ich. Doch, doch, da wird schon drüber diskutiert. Helmut, da konsumiert man nicht falsche Medien, aber. Ich denke schon, dass zuerst die geimpft werden sollten, die einfach, wenn man das so will, für die Daseinsvorsorge in unserer Gesellschaft zuständig sind. Ja, also das ist allerdings nicht nur Polizei und Feuerwehr und Krankenhaus und Pflegerinnen und Pfleger, sondern eben auch Verkäuferinnen und Verkäufer im Supermarkt. Die würde ich auch noch dazu zählen. Also da würde ich gar nicht so eine harte Grenze ziehen, wie das manche machen. Die sagen mir ja nur die staatlichen Stellen. Ja, aber da wird es ja schon wieder kompliziert. Da wird es kompliziert, ja. Aber ich finde, da muss man so ein bisschen breiter denken. Da darf man jetzt nicht nur an alle, die einen Kittel tragen und für Behörden tätig sind, die wahnsinnig wichtig sind, denken, sondern man muss dann auch, glaube ich, ein bisschen breiter streuen. Also das wird noch eine hochinteressante Diskussion. Es gibt auch wahrscheinlich dann viele Bemühungen, sich dann Umstoffe hintenrum zu besorgen, also über Vitamin B und so weiter. Das wird noch hochspannend werden. Und ich bin dabei ziemlich sicher, dass die EGT-Kommission da vernünftige Vorschläge machen wird oder vielleicht sogar schon gemacht hat. Weil ich glaube, bevor das öffentlich wird, wird darüber eine politische Verständigung stattfinden, wie das alles abzulaufen hat, damit man dann mit einem vernünftigen Plan auch an die Öffentlichkeit geht. Na ja, keine Frage. Aber das Thema Langzeitfolgen, Soziologie, das ist super spannend. Vielleicht machen wir das mal. Wir laden uns mal jemanden ein, der uns dazu was sagen kann. Vielleicht meldet sich ja jemand, der das gehört hat und sagt, Mensch Leute, ich mache eine Stimme, ich komme in die Ecke und helfe euch. Sehr, sehr gerne. So, wir sprechen von Corona, wir bleiben beim Thema Corona, aber wir wechseln den Kontinent. Ach, wir gehen einmal über See. Wir gehen über See. Übrigens, heute habe ich mir eine Website angeguckt von so einem Künstler, der heißt Space Invader und da wurde gezeigt, wo gerade die ISS rumfliegt und die war da gerade über dem Atlantik. Soviel dazu, lassen wir uns auch gemeinsam über den Atlantik reisen. Corona, Trump ist nicht mehr ansteckend angeblich und er möchte jetzt seinen Wahlkampf in alter Manie fortbetreiben. Es gibt ja dieses schöne Meme, hast du das gesehen, er und seine Frau Melania, entschuldige mich, ich kann es kurz unterbrechen, wo er sagt, ich bin getestet worden und sie fragt ihm, waren es schwere Fragen. Ja, das hast du heute Morgen geschickt, fand ich so, ja. Ja, witzig, okay, dann nicht witzig, alles klar. Ja, Trump, Corona. Ich meine, er hat ja gesagt, das sei eine Fügung Gottes und er macht daraus ja fast schon irgendwie so einen Kult, wenn er sagt, die Leute sollen keine Angst davor haben und wir kommen da gemeinsam durch. Und ich bin jetzt immun und so weiter. Also wie klingt das in den Ohren der Menschen, die ihre Angehörigen verloren haben? 213.000 Tote, Millionen von Infizierten. Ich meine, das ist doch ein Wahnsinn. Naja, keine Frage. Und vor allen Dingen kann man aber auf der anderen Seite sagen, also ich meine, momentan sieht es doch eher so aus, als hätte sich seine Infektion negativ auf seine Umfragewerte ausgewirkt, weil doch zwei Drittel der befragten US-Amerikaner, also das ist jetzt der Stand, den ich habe, Trumps Umgang mit der Pandemie für fragwürdig halten und viel zu leichtfertig. Und dementsprechend habe ich das Gefühl, dass sich das eigentlich gerade alles positiv für Biden auswirkt, zumal jetzt sich ja auch zeigt, dass der digitale Wahlkampf den Biden betrieben hat, bei dem man anfänglich noch sich die Frage stellte, ob der genauso effektiv ist wie der der Republikaner, die ja darauf geschissen haben, dass es diese Pandemie gab und trotzdem dieses Door-to-Door-Canvassing gemacht haben. Also an die Türen gehen, klopfen, fehlt. Ja, und das ist ja, hat ja bei den Demokraten bis, eigentlich bis zu, ich glaube am Tage ungefähr der Erkrankung Trumps, wollten doch die Demokraten loslegen mit dem Door-to-Door-Canvassing. Das wurde dann im Zuge der Erkrankung dann wieder gelassen, ne? Ja. 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 Das ist ja auch ein interessantes Thema. Das wird völlig untergespült, ja. Und die Rhetorik von Trump wird immer ausfallender, was dafür spricht, dass er langsam irgendwie wirklich Sorgen hat. Er kann zu verlieren. Ich nehme ihm die Fälle weg, ne? Und je häufiger er sagt, ich werde gewinnen, big win, desto unwahrscheinlicher wird das eigentlich. Und der schlägt ja verbal um sich, das ist nur so qualmend. Also er sagt, Biden hält nicht mal zwei Monate durch, dann übernimmt Kamala Harris. Das ist ja übrigens doch eine interessante... Ja, das ist so, der Aspekt, der dahinter steckt, ist natürlich, Trump will sozusagen den Amerikanern Angst machen, dass Kamala Harris quasi schon im März nächstes Jahr die neue Präsidentin wird, weil Biden, wie er meint, mental nicht in der Lage dazu ist, länger als zwei Monate Präsident zu sein. Und er spielt natürlich so ein bisschen mit der vermuteten, vermeintlichen Angst der Amerikaner vor einer schwarzen, intelligenten oder farbigen, intelligenten Frau, weil er darauf spekuliert, dass viele Amerikaner das nicht wollen. Und er sagt ja, sie ist ein Monster, sie ist eine Kommunistin. Also das muss man sich mal vorstellen. Das sind einfach Aussprüche von ihm aus den letzten Tagen gegenüber von Fox News Moderatoren, mit denen solche Beleidigungen ausspuckt. Das ist einfach unfassbar. Allerdings. Papa, du erwähntest es gerade, die Wahlprogramme. Das ist eigentlich eine interessante Frage, weil, wie du eben sagtest, am Anfang ging es nur noch um Black Lives Matter. Dann ging es um die Nominierung der Nachfolgerin für die Ruth Gader Ginsburg oder wie die hieß. So, und jetzt geht es nur noch um Corona. Und was sind eigentlich die eigentlichen Wahlprogramme von Trump oder Biden gewesen? Naja, so ganz so klassisch gibt es die ja da drüben nicht so richtig. Also, wobei Biden hat schon deutlich gemacht, was er will. Also abseits von Corona ist er, was zum Beispiel das Thema Wirtschaftsprotektionismus angeht, nicht so wahnsinnig weit weg von Trump. Also wenn jetzt Biden gewinnt, soll man nicht davon ausgehen, dass plötzlich alle Handelskriege gestoppt werden und alle Zölle wieder runtergefahren werden auf den Stand von vor Trump. Das sehe ich nicht. Bei ihm heißt es ja nicht America First. Lass mich mal ganz kurz ausreden. Das ist ja Wahnsinn. So dauernd unterbricht es für mich. Aber so ist es. Es ist ein Küchengespräch. Sondern bei ihm heißt es Make it in America. Also das ist so ein bisschen America First Light. Aber es soll eben damit auch auf den Stolz der amerikanischen Arbeiter abgezielt werden. Und er will natürlich schon auch, dass die Arbeitsplätze nicht ins Ausland verlegt werden, dass die Unternehmen in Amerika bleiben, dass sie alte Fabriken vielleicht wieder öffnen und dafür Steuergutschriften kriegen. Also Einzelheiten stehen da drin, dass also amerikanische Güter auch von amerikanischen Frachtschiffen transportiert werden sollen und so weiter. Also das ist schon, da muss man jetzt nicht glauben, dass er den Handel wieder öffnet. Da hat er aber einen richtig schlechten Copywriter, wenn er aus Make America Great Again Make it in America macht. Ja, das kann man so sagen. Besonders richtig schlau ist das nicht. Aber er will eben auch Trump so ein bisschen den Zahn ziehen, dass Biden so der Sozialist ist und sich so ein bisschen in diese Richtung Mitte bewegen. Das macht ihn halt auch für viele eher wählbar. Das steht natürlich auch dahinter. Das ist ganz klar. Und China ist auch ein Thema. Also die Auseinandersetzung mit China wird Biden oder will Biden auch führen. Vielleicht nicht in dem Ausmaße wie Trump. Aber eben der Unterschied ist vor allem nicht unilateral, also Amerika gegen China, sondern er verknüpft sich dann eher oder wird sich abstimmen mit den europäischen Partnern, mit auch asiatischen Partnern, um Forderungen gegenüber China zu stellen. Vor allem was Fairness auf den Märkten angeht und so weiter. Und da tickt das schon ganz anders. Also anders als Trump ist er multilateral. Er wird wieder wahrscheinlich in die WHO eintreten. Er wird die UN wieder anständig unterstützen. Er will auf das Iran-Abkommen wieder einsteigen. Was mit dem US-Klimaabkommen? Das Klimaabkommen von Paris will er auch wieder. US-Klimaabkommen? Was ist denn mit mir heute? Ich bin heute zerknittert. Du bist heute zerknittert. Also das Pariser Klimaabkommen will er auch wieder aktivieren von der amerikanischen Seite, also wieder einsteigen. Und das sind natürlich wesentliche Umkehrungen zur Strategie Trumps und ganz, ganz wichtige Differenzierungen. Und dann gibt es natürlich auch inländische Themen, die wichtig sind. Also er will den Mindestlohn auf 15 Dollar erhöhen. Das ist ja fast eine Verdopplung. Ich glaube, der liegt jetzt bei 7,25. Das ist natürlich auch wichtig für viele. Er will dann die Gesundheitsversorgung weiter verbessern, Milliarden, 400 Milliarden in Infrastruktur stecken, 300 Milliarden in Biotechnologie und Innovationen. Also natürlich auch ein paar Steuererhöhungen bei Einkommen über 400.000 Dollar. Und das ist so das Wesentliche, was er so vorhat. Aber ansonsten geht es eigentlich eher darum, zu verhindern, dass Trump wieder Präsident wird, weil er natürlich sagt, unser Land ist völlig von der Schiene. Und die Demokratie ist in Gefahr und wir müssen wieder zurück, back on track, damit wir wieder auch wahrgenommen werden und glaubwürdig sind, was den Einsatz für Freiheitsrechte angeht. Übrigens, ganz kurz noch dazu. Ich habe von Trump noch nichts gehört zu Belarus. Noch gar nichts. Wo die Menschen auf der Straße weggeholt werden. Ich glaube, der denkt auch irgendwie, Belarus ist ein Gericht auf irgendeiner Speisekarte. Entweder das oder er findet es einfach irgendwie nicht so schlimm, weil Lukaschenko ja Diktator ist und wie man weiß, macht er ja Diktatoren. Also das kann man natürlich sein. Ja, das ist Spekulation natürlich, klar. Nicht faktenbasiert, dieser Satz. Unbedingt. Ne, was mir nur gerade einfiel ist, du sprachst von Wählern, die eigentlich nur Biden wählen würden, weil sie Trump verhindern wollen würden. Also dass er auf diese Person auch eingehen wollte. Richtig? Ja. Und das finde ich ganz interessant, weil da habe ich einen Artikel drüber gelesen, dass das tatsächlich einfach ein Motiv Fehlerwähler ist, Republikaner oder Demokraten zu wählen. Einfach nur, um die andere Partei zu verhindern und nicht, weil man jeweils den jeweiligen Kandidaten unterstützt. Das ist schon irgendwie ehrlicherweise ziemlich traurig, dass es in einem Wahlkampf so weit kommen kann, dass es so ein offensichtliches Motiv ist. Tatsächlich. Also das fühle ich auch einfach, um etwas gegen zu tun. Und ich habe da mit einem Freund drüber gesprochen am Wochenende und der meinte dann so, hm, das macht man ja in Deutschland ein Stück weit schon auch so. Aber das Gefühl habe ich halt gar nicht, weil ich habe halt irgendwie das Gefühl, dadurch, dass wir eben ein Proporzwahlsystem haben, hast du einfach eine größere Auswahl. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du eine Partei findest, die deinen Idealen entspricht, ist einfach wahnsinnig viel höher. Absolut, total. Darüber haben wir ja schon mal gesprochen, dieses ganze Thema, warum das in Amerika so ist. Aber klar, Biden versucht natürlich den Amerikanern auch klarzumachen, die jetzt nicht sowieso von Haus aus Demokraten sind, dass sie ihnen also dann wenigstens das relativ weißeste Hemd wählen, was sie da zur Verfügung haben. Aber es gibt natürlich darüber noch trotzdem noch wahnsinnig viele Millionen von Amerikanern, die einfach Trump bedingungslos ergeben sind. So muss man das fast schon sagen. Wie kommt das zustande? Ja, darüber gibt es viele Spekulationen. Also ich habe im Föhrton der FAZ, wann war das, letzte Woche, einen super interessanten Artikel gelesen, so einen Aufsatz von Professor Hedinger. Ja, interessanterweise ein Professor für Filmwirtschaft in der Uni Frankfurt, in der Goethe-Uni. Und der hat immer aufgeschrieben, dass Trump eigentlich ein Fanprojekt ist. Also der vergleicht die Anhänger, die so unerschütterlich auf seiner Seite stehen, eher mit Fans und nicht mit Wählern, die irgendwie gucken, ob seine Amtsführung gut oder schlecht ist, sondern die ihn als Person einfach begnadet finden und verehren. Und er befeuert das natürlich auch. Er ist sowieso eine Medienfigur. Und wenn du mal anguckst, was es alles gibt, was ihn als Star darstellt, das ist einfach unfassbar. Also es gibt ihn als Rambo, es gibt ihn auf dem Filmplakat von Game of Thrones, als er diese Sanktionen angekündigt hat. Das hat er damals selber retweetet. Dann gibt es ein Plakat. Das ist völlig irre, das habe ich mir neulich mal angeguckt. Da steht er im Anzug mit seiner roten Krawatte, einem Sturmgewehr in der Hand auf einem amerikanischen Abrahams-Panzer. Oberhalb der Kanone des Panzers fliegt der Weißkopfseeadler, das amerikanische Wappentier, im Hintergrund, im dunklen Himmel geht Feuerwerk hoch. Also 1190 übrigens bei Amazon. Oh, jetzt habe ich schon wieder Amazon gesagt, das darf ich eigentlich nicht sagen. Ich habe ja neulich schon mal Amazon gesagt, als ich meine Fahrradhose mit Geleinlage bestellt habe. Da habe ich Ärger gekriegt, weil ich Amazon gesagt habe. Aber jetzt sage ich nicht mehr Amazon. Also jedenfalls, was ich damit sagen will, ist... Du hast das gerade schon wieder gesagt. Und die Fans sind ja emotional ergeben und gehen immer mit und gehen auch in die Tiefe mit. Also das ist wie beim HSV. Also die Fans fanden das natürlich scheiße, dass der HSV von der ersten in die zweite Liga abgestiegen ist. Aber sie sind ihm voll treu geblieben. Und die Kurve beim HSV ist trotzdem voll. Und also diese Fans oder die Wähler von Trump zu bekehren oder bekehren zu wollen, ist ungefähr so sinnlos, als wenn du ein Brennholzverleih eröffnest. Das macht einfach keinen Sinn. Aber das finde ich jetzt ehrlicherweise auch ganz schön pauschal, also das so zu formulieren. Also zu sagen, dass es so sinnlos ist. Ich weiß nicht, ich habe zum Beispiel, ich habe was anderes gelesen, auch ein Interview. Und da wurde eben eine Person befragt, ein Deutscher, der in Amerika lebt, schon länger. Und der wurde gefragt, was er nun eigentlich von Trump halte. Und der hat dann gesagt, dass es ihn stört, dass immer nur über Trump gesprochen wird und viel weniger über die Menschen, die eigentlich Trump wählen. Also natürlich findet das voll viel statt. Aber man muss ja immer noch mal fragen, was ist eigentlich in diesem Land so grundlegend irgendwie schiefgegangen. Also verstehst du, was ich meine? Und ich finde eben, wenn man dann eben auch wieder sagt, dass man so einen Fan, einfach so einen Trump-Fan quasi jetzt einfach nur denen bekehren zu wollen, das ist einfach nur als sinnloses Unterfangen darzustellen, finde ich für mich auch schwierig. Ja, wenn man gutwillig ist, kann man das so sehen. Hältst du mich hier gutwillig? Ja, das ist ja auch richtig. Das ist ja auch okay. Aber ich weiß nicht, ob man an diese Leute überhaupt rankommt. Also mit, wie soll ich das sagen? Der Professor hat ja so ein schönes Beispiel. Der hat gesagt, diese schonungslose Sprache von Trump, dieses völlige Missachten von herkömmlichen Anstandsregeln, das ist ja so ein bisschen wie ein Rockstar, der im Hotel die Einrichtung zertrümmert und seine Gitarre vom Balkon schmeißt. Verstehst du? Und all das, das ist identitätsstiftend. Das finden die Leute super. Und Trump spricht deren Sprache. Dieses offene, schonungslose, rüde, beleidigende. Da sagen die, ja, der sagt, was wir denken. Der ist praktisch unsere Sprechpuppe, wenn du so willst. Und deswegen sind sie ihm treu ergeben. Die sagen nicht, also der ist moralisch völlig inkompetent. Der hat abgewirtschaftet. Der sorgt dafür, dass unser Land in Grund und Boden gewirtschaftet wird. Das sehen die so gar nicht. Die Amtsführung spielt dafür überhaupt gar keine Rolle. Und deswegen fürchte ich einfach, dass egal, was er macht und egal, wie schlimm er sich verhält, wird das nichts nützen. Also es gibt natürlich viele Unentschlossene. Und wenn wir Glück haben, wird es reichen, dass genügend Menschen Biden wählen und sagen, also nee, also jetzt dann irgendwie doch nicht mehr Trump. Weil der hat jetzt wirklich zu dicke aufgetragen. Und die Umfragen deuten ja auch darauf hin. Also ich meine, er ist ja jetzt auch so langsam im Panikmodus. Das kannst du ja auch verfolgen. Alleine daran, dass er jetzt nach wie vor versucht, also die Institutionen und seine Minister dafür auszunutzen, seine Macht zu erhalten und seinen Wahlkampf zu tragen. Also er hat zum Beispiel von dem Justizminister William Barr verlangt, der soll jetzt endlich mal Obama und Joe Biden und Menschen aus der früheren Obama-Administration anklagen, weil die ja angeblich seine Kampagne 2016 ausspioniert haben. Das interessiert doch heute keinen mehr. Also nicht in dem Wahlkampf. Nein, aber für ihn ist das zentral. Er glaubt, wenn jetzt William Barr eine Anklage schreibt, wobei es überhaupt gar nicht völlig verrückt, weil es wird keine Anklage geben, aber das wünscht er sich halt. So kurz vor der Wahl am 3. November, dann würde das mehr Menschen bewegen, ihn zu wählen. Das gleiche, anderes Beispiel, Außenminister Mike Pompeo. Der sitzt ja noch auf diesen ganzen E-Mails von Hillary Clinton. Von denen sind ja schon ganz viele veröffentlicht worden. Du erinnerst noch damals den Skandal kurz vor der Wahl, 8. November 2016. Damals hatte Hillary Clinton ihren privaten Mail-Server benutzt für offizielle E-Mails. Ach Hillary. 30.000, 33.000 Stück. Und auf dieser Nummer ist er dauernd rumgeritten. Und WikiLeaks hat damals ein paar von diesen E-Mails veröffentlicht und auch das Justizministerium, das Außenministerium hat damals ein paar von diesen E-Mails veröffentlicht. Und kurz vor der Wahl hatte der damalige FBI-Chef James Comey eine Untersuchung gegen Hillary Clinton eingeleitet, damals demokratische Präsidentschaftskandidatin, wegen angeblicher Verfehlungen. Und kurz vor der Wahl, drei Tage vor, aber wieder eingestellt. Aber da war es schon zu spät. Das war natürlich das gefundene Fressen für Trump. Und er reitete auf Hillary Clinton rum. Er ritt. Er ritt. Entschuldigung, Quatsch, danke schön. Da muss man sich als alterner Chefredakteur auch noch korrigieren lassen von seiner Tochter. Aber es ist in Ordnung. Du hast recht. Nee, du hast recht. Und das spukt ihm seitdem im Kopf rum. Also er ist so obsessiv mit Hillary Clinton, dass er völlig vergessen hat, dass er nicht mehr gegen sie antritt, sondern gegen Joe Biden. Das ist völlig irre. Und er sucht jetzt diesen Hillary-Clinton-Moment nochmal zu inszenieren. Ja, was ich daran aber dann auf der anderen Seite irgendwie interessant finde, ist, dass Trump dann denkt, dass mit so einem Skandal nochmal was bewirkt werden könnte in diesem Wahlkampf. Weil was ich an diesem ganzen Wahlkampf bisher irgendwie absolut faszinierend finde, ist, dass da schon so viele unfassbare Dinge passiert sind. Und dass es aber in diesem ganzen Wirbel einfach alles immer wieder runtergeschluckt wird und vergessen wird. Also sei es jetzt eben die Ruth Gader Ginsburg. Wie heißt sie denn nun? Ruth Gader Ginsburg. Danke. Sei es dann eben die Geschichte mit der Nominierung, dass das einfach so untergeht. Dann eben die Erkrankung. Dann hattest du vorher Black Lives Matter. Dann hat Trump wieder hier rumgepübelt. Und darum gepübelt. Die Krise ist alles gar nicht mehr zusammen. Aber gefühlt ist dieser Wahlkampf ja einfach nur eine Krise nach der nächsten. Aber es wird ja alles immer darin verschluckt. Und wie du eben ja auch schon sagtest, es scheint ja nichtsdestotrotz, also klar gibt es noch, sagen wir mal, da ist noch ein Spielraum an Bewegung. Also gerade auch in den Swing States, die dann dazu führen könnten, dass eben dann hoffentlich einen Biden da gewinnt. Aber dennoch hat man das Gefühl, dass es, wie du eben sagtest, diese festgefahrenen Seiten auf der anderen Seite, der kann ja darauf einprasseln, was will. Und die Wähler würden sich nicht mehr umentscheiden. Das finde ich einfach absurd. Also das ist ja so, also gut, ich meine, das ist auf vieles zurückzuführen in dem Land, auch auf das Mediensystem, was weiß ich nicht. Aber ich finde es einfach absolut faszinierend. Also das wäre ja wie wenn, also keine Ahnung, stell dir mal vor, irgendwie, man würde bei irgendeinem Politiker in Deutschland jetzt oder bei einem Kanzlerkandidaten irgendwie Koks finden. Und das wäre in Deutschland so, dass, also stell dir vor, Olaf Scholz hätte Koks dabei. Und das wäre so, in Deutschland wäre so, das Ding für alle SPD-Wähler und für alle Nicht-SPD-Wähler, alle würden sagen, man kann Olaf Scholz nicht wählen, der hat Koks dabei. Und gefühlt in den USA wäre es jetzt gerade so, okay, Trump hat Koks dabei. Dann würde es gar interessieren. Warum denn kein Crystal Meth? Oh, das ist doch in Ordnung. Und das meine ich, also das finde ich einfach absolut faszinierend, absurd. Bei allem, das funktioniert, oder das kommt ja alles in einer Geschwindigkeit, dass man es gar nicht mehr zusammenkommt. Eben, das meine ich ja, man kriegt es gar nicht mehr zusammen, man hat schon vergessen, dass er mal Dänemark gefragt hat, ob er Grönland kaufen kann und solche Sachen. Ja eben, also was da passiert ist in der Zwischenzeit. Daran denkt man schon gar nicht mehr. Oder dass es eigentlich noch ein Impeachment gab vor einem dreieinhalb Jahren. Richtig, richtig, richtig. Und dass er sich, wann war das, glaube ich, im Sommer diesen Jahres, er wollte Leute, dass sie Bleiche trinken. Ja, Desinfektionsmittel spritzen. Und er wollte sich ja vor allem ins Mount Rushmore National Memorial, also noch dazu gravieren lassen. Links neben George Washington und Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt und Abraham Lincoln ist ja noch Platz in dem Felsen. Also da kannst du noch einen reinhauen. Ein Gesicht passt da noch rein. Und er hat wirklich ernsthaft gefragt, ob das nicht irgendwie machbar wäre, dass er da nochmal irgendwie verewigt wird. Das ist so absurd. Und wo wir gerade bei Wahlprogrammen waren, da guckt man sich natürlich auch nochmal an, was haben denn eigentlich die Republikaner da auf dem Zettel. Und das ist schon irgendwie auch ganz witzig, weil die haben da so ein 50-Punkte-Programm gemacht. Das sind alles so ein paar Spiegelstriche. Und da ist zum Beispiel ein Punkt, da steht dann zurück zur Normalität 2021. Punkt. Ende der Durchsage. Du guckst da drauf und sagst, ah, ist ja hochinteressant. Können wir bitte einfach mal kurz festhalten, dass das Jahr 2021 bitte nirgendwo als Normalität, als Normal oder als Norm gelten sollte? Danke. Hundertprozentig nicht. Aber er ist ja auch immun. Und jetzt sind alle anderen Amerikaner natürlich auch immun. Und dann will er natürlich auch übrigens bemannte Mars-Missionen und eine Mondstation. Stehen auch in diesen 50 Punkten drin, nur dass du Bescheid weißt. Und ganz wichtig, da brauchen wir dringend. Lehrer sollen ihren Schülern Amerikas Ausnahmestellung in der Welt beibringen. Also er fuscht jetzt auch im Lehrplan rum, weil das muss jetzt alles irgendwie mal geändert werden, weil das sind alles Sozialisten, alles Kommunisten, alles Antifa und Linke. Und seine Impulse sind im Prinzip seine Strategie. Also er ist das Programm. Und die Republikaner machen auch gar keine Anstalten in irgendeiner Form zu sagen, was sie eigentlich die nächsten vier Jahre machen wollen. Und diese republikanische Partei ist eine Ruine dessen, was sie mal gewesen ist. Die waren mal die Kreuzritter des Freihandels. Jetzt unterstützt sie Protektionismus. Naja, aber ich finde es ganz interessant, weil wenn man sich, ich glaube, was man da irgendwie nochmal verstehen muss oder eine Frage, die man sich irgendwie da generell nochmal stellen kann, ist ja die des demografischen Wandels in den USA. Weil du hattest ja, also weil die Weißen, ich kenne keine Prozentsätze jetzt genau, in den USA werden ja einfach tendenziell immer weniger. Und ich glaube, dass dieses, das ist ja eigentlich die Angst, die Trump ja im Endeffekt bedient. Dass dieses Verschwinden der White Supremacy und der konservativen Werte damit einhergehen. Und genau das ist es ja eben, was du gerade sagtest. Also wenn er sagt, dass Lehrer Schülern die Stärke der USA vermitteln wollen, dann ist es ja genau das. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Aspekt, der zum Beispiel von beiden Parteien, also eben dieses Momentum quasi der Angst der Weißen wird von den Republikanern aufgegriffen. Aber wenn die zum Beispiel schlauer angegangen wären, hätten sie sich auch eine größere Wählergruppe generieren können, indem sie eben früher auf Werte, progressivere Werte eingegangen wären. Oder da hat ja keine der beiden Parteien mal versucht, so einen goldenen Mittelweg zu finden. Also du hast die Demokraten als eben die progressiv Linken, die nur noch gendern und alle möglichen Minderheiten ansprechen. Und dann hast du dagegen einfach nur die Republikaner, die für die Weißen sprechen. Ja, und das ist eben das Problem dieses Zwei-Parteien-Systems, das sich durch das Wahlrecht in Amerika herausgebildet hat. Ich finde es wahnsinnig offensichtlich gerade. Ja, ja. Und diese Polarisierung ist einfach brutal. Richtig gegräben. Das ist das richtige Gräben und glaube ich auch nicht, dass nach dieser Wahl das sehr viel anders wird. Also wenn Biden gewinnen sollte, dann wird sich wahrscheinlich das ganze Trump-Lager inklusive seiner Anhänger auch so ein Stück weit zurückziehen. Und wenn du dir auch anguckst, wie diese weißen Militia Groups, diese militarisierten, waffentragenden Weißen, die mit Militäranzügen durch die Städte patrouillieren teilweise, wie die gewachsen sind in den letzten Jahren, das ist schon auch beängstigend. Ich glaube, Bundesstaat war das jetzt gerade, wo sich diese … Das war Wisconsin. Genau. Also das gab es auch schon unter Obama. Damals war aber die Motivation eine andere. Damals hat man gesagt, oh, wir müssen das Waffenrecht, also das Second Amendment, das Recht, Waffen zu tragen, verteidigen und wir müssen uns dagegen bewaffnen praktisch. Und jetzt hat sich das Feindbild dieser Gruppen geändert. Jetzt ist es halt der Sozialismus, die Linken, jetzt ist es Joe Biden, weil Trump, der haut ja auch Sachen raus. Der sagt dann, ja, also Joe Biden will das Second Amendment abschaffen. Das kann er gar nicht. Das ist eine Verbesserung der Verfassungsänderung. Also was Biden will, er will Background Checks für Leute, die Waffen kaufen und er will halt diese vollautomatischen Waffen verhindern oder verbieten. So. Aber ansonsten wird er da auch nicht weiter dran rühren. Ja. Und auch an dieser Stelle übertreibt Trump hoffnungslos. Nächstes Mal musst du dein Handy aber auf Flugmodus machen, Papa. Das hat man aber gar nicht gehört. Hör doch auf. Das ist doch Quatsch. Oder? Haben wir das gehört? Ich glaube nicht. Also jedenfalls. Jetzt hört man es aber. Ah, jetzt hört man es aber. Jetzt hört man es doch. Okay, ich schaue das Telefon aus. Das war natürlich ein Fehler. Alles klar. Hat Mama oder die Mobilbox angerufen? Nee, Sophie, deine Schwester. Und er hat zum Beispiel auch gesagt, wenn ihr Biden wählt, dann kriegen wir hier Verhältnisse wie in Venezuela. Also wenn man weiß, was in Venezuela los ist, ist das geradezu absurd. Der Vergleich hinkt nicht nur, der hat nur ein Bein. Genau, nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. Aber du kannst einfach nicht, es kann gar nicht absurd genug sein, als dass er das irgendwie raushaut und twittert. Und das macht ja auch seine ganze Administration wahnsinnig, weil diese Twitter-Dynamitstangen, die er in jeder Minute hinter jeder Tür hervorhält und in die Landschaft schmeißt. Überraschung. Überraschung. Peng. Ja, das macht die alle verrückt. Das ist, es ist total irre, ja. Aber gut, jetzt hat er seine nepotistische Familienreserve aufgeboten. Ich dachte, sein einer Sohn hat sich jetzt auch schon gegen ihn ausgesprochen, weil der sich auch darüber aufgeregt hat, dass er mit der Limousine vor dem Krankenhaus auf- und abgefahren ist und damit seine Security-Menschen. Ja, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich habe da mitgekriegt, dass sein Sohn, wie heißt der, Donald, also nicht Jared, der Schwiegersohn, sondern Donald, der hat bei Fox News gesagt, sein Vater hätte bereits den ersten Impfstoff bekommen, letzte Woche. Ne, das sind ja zwei Söhne. Der ältere Sohn, ich glaube, einer von beiden hat sich auf jeden Fall gegen ihn ausgesprochen und der andere ist nach wie vor auf seiner Seite. Ah, okay, das so genau habe ich das gar nicht mitbekommen. Tja, Mensch. Weiß ich mal was besser als du. Wie könnte das denn passieren? Naja, also jedenfalls Jared Kushner und Ivanka sind noch voll auf seiner Seite und unterstützen ihn und alle anderen hängen natürlich auch in ihm dran. Vor allem die ganzen republikanischen Senatoren, die haben natürlich wahnsinnige Angst. Sie sind jetzt jahrelang in seinem Kielwasser gefahren. Und jetzt, das darf man nicht vergessen, werden ja im Senat auch, wird ja auch ein Drittel der Senatoren neu gewählt. Und das ist total wichtig, weil im Senat haben die Republikaner drei Stimmen Mehrheit. Und wenn sie die verlieren, dann haben sie ein Problem, weil dann haben die Demokraten Kongress und Senat. So, also der Kongress bzw. das Repräsentantenhaus wird ja auch komplett neu gewählt. Das ist ja auch ein bisschen verrückt in Amerika, nicht? Ach so, ich dachte, der wird immer versetzt zwei Jahre später gewählt. Nee, das ist so der Senat. Ach so, ich dachte, der Kongress wird alle zwei Jahre gewählt oder so. Der Senat besteht ja, weißt du ja, da haben wir ja schon mal drüber geredet, jeder Bundesstaat hat zwei Senatoren, die er entsendet, macht 50 Senatoren und bei einem PAD hat der Vizepräsident als Senatspräsident die entscheidende Stimme. Und jeder Senator wird für sechs Jahre gewählt und alle zwei Jahre wird ein Drittel des Senates neu gewählt. Das heißt, jetzt steht wieder ein Drittel des Senates neu zur Wahl an. Und weil es relativ knapp ist, mit drei Stimmen mehr, bei den Republikanern kann es eben gut sein, dass sie auch den Senat verlieren. So, und das Repräsentantenhaus, also die Initiative haben für Budget und Gesetze, die werden komplett neu gewählt. Also alle 400, habe ich jetzt die Zahl nicht genau im Kopf, werden komplett neu gewählt und das alle zwei Jahre. Ach, die werden alle zwei Jahre komplett neu gewählt. Okay, weil ich dachte, bei denen wäre das ja nicht aus, dass irgendwie so halb, halb alle zwei Jahre neu gewählt werden. Also alle zwei Jahre, was natürlich eigentlich verrückt ist, weil du kannst ja gar keine langfristige Politik eigentlich richtig machen als Abgeordneter, als Congressman oder als Congresswoman. Und das ist seit Bestehen der Verfassung so, weil damals, im 18. Jahrhundert, waren natürlich zwei Jahre eine lange Zeit. Da hat man noch in anderen Perioden gedacht. Und heute ist das so schnelllebig, dass zwei Jahre eigentlich gar nichts sind. Ja, klar. Also stell dir vor, wir müssen alle zwei Jahre den Bundestag neu wählen. Stress. Das ist ein bisschen Stress, ja genau. Also vor allem auch für die Abgeordneten. So, und man kann jetzt davon ausgehen, dass das Repräsentantenhaus wieder demokratisch wird. Und wenn der Senat auch noch demokratisch wählt, beziehungsweise gewählt wird, dann kann ein Präsident eigentlich nur noch mit Dekreten regieren, aber er kann eigentlich auch keine internationalen Verträge ratifizieren. So wie Obama zuletzt. So wie Obama zuletzt, ja ganz genau. So sieht das aus. Also jetzt haben wir noch drei Wochen bis zur Wahl. Ne, zweieinhalb. Und das wird tierisch spannend. Ja. Und wenn das so weitergeht und sich dauernd die Welt dreht und zwar nur um Trump, dann müssen wir wahrscheinlich auch nächstes Mal nochmal darüber reden. Aber wir werden das sehen. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Hast du sonst noch was auf dem Herzen? Jetzt habe ich sonst gerade gar nichts auf dem Herzen. Also dafür, dass ich so da knittert war, heute fühle ich mich, bin ich eigentlich ganz zufrieden mit meiner Leistung hier heute. Das ist super Leistung, ja. Ja. Ich freue mich auf die nächste Folge in zwei Wochen. Ich auch. Ihr hört uns überall, wo es Podcasts gibt, bei Audio Now natürlich auch auf der Stern.de Website. Da gibt es keine Podcasts. Ne, da gibt es noch einen Hinweis auf uns, einen Link. Ja. Ja, eben. Siehst du. Also überall, wo es Podcasts gibt, könnt ihr uns finden und hören. Wir freuen uns über Feedback, auf welchem Weg auch immer. Und wir verabschieden uns und hören uns irgendwie in zwei Wochen auf jeden Fall wieder. Genau. Bis in zwei Wochen. Tschüss. Ciao. Vater. Tochter. Weltgeschehen. Zum Schluss unserer Folge möchten wir Ihnen noch einen weiteren Podcast empfehlen. Und zwar Schneller Schlau. Worum es geht und was da alles erklärt wird, sagen wir euch die Hosts jetzt selbst. Hallo, ich bin Jens Schröder und einer der Hosts von Schneller Schlau, dem kurzen Wissenspodcast von PM. In diesem Podcast beantworten wir immer in wenigen Minuten Fragen aller Art, zum Beispiel Redensarten. Warum sagen wir, jemand hat sich verfranst? Oder physikalische Fragen, technische Fragen. Was passiert eigentlich, wenn ich einem schwarzen Loch zu nahe komme? Hört doch mal rein. Schneller Schlau auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Audio Now. Wissen. Wissen. Untertitelung des ZDF, 2020